gut gut dann kann es ja weitergehen hier es macht voll fun gerade hier zu zocken alter mir auch hier wird angezeigt dass ich zu dem gehen soll aber dann kann ich nicht mit dem reden das ist glaubt weil ich der hoster bin ja ich muss jetzt ich muss an habe ich ausrüsten um kann hatten muss was will der oder kommen gegner kommen mehr da kommt einer reihen arbeiter wandiert ah ok 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 sehr nahe da ist einfach umgekippt haja wartet leute ich ich habe mal ganz kurz zum waffen schwarzes brett gecheckt ob da waffen sind die ich mir eventuell kaufen könnte aber ich kaufe mir auch noch gerade was für peter pistol war sie geil aus ach du scheiße der ist geil aus baden 24 zielgenauigkeit 91 feuerrate 10 passt doch ich will auch einen haben was was kann ich denn auch ein haben warte mal ich nehme jetzt nicht mal sniper irgendwie ja sniper könnte ich doch kaufen brauche ich nicht ich soll euch mal die td 12 petrol smg nehmen die kaufe jetzt mal ich habe ja eh genug geld von daher ich habe jetzt eine andere waffe mit 332 schuss etwa das ist gut die nehme ich jetzt einfach mal waffen wechseln hier stylisch läuft bei uns so ok dann machen wir weiter wo müssen wir hin wo erst schaue ich mal auf die karte alter was macht ihr genug tun von zocko man 1 was macht ihr alter wer verlangt genug tun ja stand da gerade man kann ich auch mein freund was bringt das eigentlich was macht ihr ja wir haben du wir haben die 11 doch nicht die erlass doch den scheiß doch kein bock auf die l wir machen co-op alter was beschießt ihr mich lasst mich doch meinen frieden hallo dass wir aktuell angenommen ist mir doch scheißegal soll ich habe keinen bock auf den scheiß ich gar nicht das mache ich gar nicht das war nur mehr und ich habe einen schöpfer ich habe einen schöpfer ich habe einen schöpfer ich habe einen bock meine waffen zu verlieren also was macht ihr denn ich habe immer junger ist es einfach nur unnötig weil meine ganze gesundheit geht flöten und ich muss wieder kaufen alter das meine ich das ist einfach das hat doch keinen sinn alter schwarzes schwarzes brett gecheckt ich kann upgrade speicherteck shotgun nehmen du hast deine munitions kapazität ok 1 super du darfst nicht aus dem ding raus achten pass auf du gehst gleich raus du bist draußen aus dem ding ja bin ich zum radios toll jetzt habe ich kein keine ich hab dich will ich hab dich besiegt fuck it alter jetzt habe ich ja und voll unnötig ich habe ich habe keinen dings mehr ich brauche ich brauche leben aber bei ihm oder beziehungsweise gumera mich angeschossen hat alter man war aber auch etwas dumm dass ich jetzt gerade eine neue waffe gekauft habe und abgegradet habe naja dann muss ich halt damit kämpfen warum lädt sich das nicht automatisch auf die gesundheit dann ja das ist scheiße ne dann gehe ich schon mal zum fragezeichen ok beziehungsweise zum schwarzen brett man nimmt einfach alle aufträge an die es gibt aber warte mal das geht ja noch nicht weil ich muss erstmal level 12 und 15 und und noch so sein stop suche machen wir mal hier bei der set level 10 so leute es geht doch gar nicht was man kann gleichzeitig an mehreren missionen arbeiten mission können als aktiv markiert werden das system nicht um meine mutter geht um skagnes du verstehst schon hört sich gut an ja bei mir auch wir haben ja jetzt die mission gestartet soweit ich weiß was habt ihr gesagt was habt ihr vorher gesagt catch a ride aber wir müssen erst dass der die mission man damit wir fahrzeuge kriegen also los genau da können wir ein bisschen rumheizen los bekommen wir dann mehrere fahrzeuge oder nur eins für zwei leute jeder kann sich ein fahrzeug holen gut gut hoff ich wohl das hört sich gut an ich würde sagen zwei nehmen eins und an anderen dann ein einzelnes genau ihr müsst das hier machen weil ich bin schon weiter ich hab die mission schon gemacht gehabt hä danke was machen wir jetzt tk hat weitere arbeit oder wir haben einfach an wer winzett catch a ride benutzt wir müssen jetzt hingehen zum catch a ride ok los gehts klingenblumensamen was ist das wo hast du das gefunden hä was denn hast du schon klingenblumensamen gefunden oder was nein nein ich meinte eigentlich gumera ne aber das wird dir angezeigt klingenblumensamen muss ich 8 stück holen was war das gerade boah da geht der ab ey da geht der ab ich konnte gerade irgendwas machen alter mit v mit f aber mit v machst du nachkommen ich bin mal anhalte mini chat von mir ey geil ja die kannst du setzen hatte zocky auch das letzte mal ja aber aber bei dem endgegner hatten wir keine chance alter der hat die einfach kaputt gemacht ne ja vor allem wir hatten gar keine munition das war voll scheiße das war müssen wir jetzt irgendwie besser machen ja dann ab zum ziel würde ich sagen wie lange dauert das noch bis wir da an der stelle sind wo wir zuletzt gezockt haben ah spielzeit vielleicht eine stunde zwei ok so dann mal wieder da hinten hin mhm und es läuft gerade sehr gut also es kackt ja nicht ab ich hoffe jetzt beim ladescreen kackts nicht mehr ab bei dir ja ja ab und zu hat mein hat mein pc oder das spiel ein bisschen mucken da kann man nichts ändern ja so reise wird fortgesetzt skaggully gut kackt bei dir nicht ab ne ne ich trinke aber nochmal was ohja gute idee kann ich auch ich hab so einen trockenen hals alter wenn man aufnimmt dann kann man nie genug an trinken haben ne ich hab mir sowieso ein liter flasche geholt ne ja ich hab nur so einen becher mit halbem liter so ich bin auch wieder zurück warst du weg oder was ja ganz kurz ok gut ich hab munition aber du nimmst noch auf ne klar schon längst gut 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 so boah ich hab voll viel munition für die smg 497 das hört sich sehr gut an alter very nice lol lol ich konnte mich grad nicht bewegen hab da fest da unten ist einer banditendatenschreiber warum sind sie hier war scheinbar lange den elementen ausgesetzt äh ne mission wie geil ok aus geht's neue mission warum sind sie hier so komm steb doch jetzt mal alter boah die der frisst ganz schön viel ich bin runter ne kannst du ruhig runter springen kriegst keinen schaden ja ja ich weiß ich wollte nur eben oh mein da ist ein alpha skeg da ist ein alpha skeg oh 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 ausgewachsener ne das ist ein ausgewachsener ich dachte das wäre ein alpha oh da spritzt er wieder mit dem grünen grünen zeug genau davon genau davon bin ich ausgeregt worden hier hau ab hau ab hau ab warte ich helfe dir hier ist leben wenn jemand leben braucht zocky ok tot ja ich brauche leben komm mal hier runter ok danke geiler stoff ey so ähm ich könnte ja schon weiter gehen ich ich guck hier noch was ich mach schon was ist ah ich hab hier die klingelblumen äh klingenblumen so ok eine haben wir jetzt da gibt es noch mehr anscheinend oh da sind noch ein gegner die kommen gerade schon her da sind sie die kleinen camper alter ok drauf geht's ne jo ok einer ist down er hat ne waffe gedroppt die wer warst du dich zocky wahrscheinlich ja gleich erstmal drauf ballern hier ordentlich wow 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 alter ein ein hit und ich bin tot aus welchem grund eigentlich what the fuck ich boah scheiße alter scheiß drauf ich baller einfach mal rein der ist gleich tot ok dauerne neue stärke wow alter die sind voll stark was die fuck dies drauf ich ich behalte euch ja mach ich dankeschön aber ich hab leider keine Mutti mehr ok neue stärke alter ich bin immer gleich down wieder die hitten mich nur einmal an aber schon wieder gleich tot äh ja boah wie wir einfach nur abgehen ey aber ich sterbe halt auch mal gerne gieß ich heil dich danke boah alter da ist ne neue waffe oh da kommen ja noch mehr ja ich brauche ein wenig knallhart das gag die werden ja immer stärker alter alter warum denn warum denn auf mich was hab ich gemacht die greifen jeden an ich hab ihn down gemacht down gekriegt er hat gesagt gut ich hab kaum noch wenn ihr shotgun munition seht lasst mir bitte die ok ja ok ich bin der shotgun man oh da ist noch einer spuckers gag alter nur ein weißt du der macht nur ein hit direkt down wie unlogisch einfach nur aber lol das muss man sagen ja ist so voll witzig ey das ist ne shotgun für dich gomera das glaubt ne shotgun ne nimm die mal ich hab ne bessere den kennen wir schon vielleicht brauch ich den ja warte klingen blumensam ich sammel die einfach mal gechillt ein so wir müssen hier lang hier hoch oh schaden ist jetzt deutlich mehr aber ja die gegner werden auch stärker das ist halt aber zielgenau ist jetzt deutlich geringer deshalb ne lassen wir es mal und ich hab ne neue fähigkeit bekommen wartet mal bitte warte schon wieder ja hab ich noch nicht äh unfallstation gewährt gesundheitsregeneration für verbündete in der umgebung nächster level erneuert 1% gesundheit pro sekunde klingen blumensam wartet bitte 3 von 8 sieht schon mal gut aus ich sag das heute voll oft irgendwie aber scheiß drauf so hab ich 10% maximale weiter gehts hier runter ja da unten sind sie schon die da wollen sie uns kriegen da oben sind die klingen langsam einmal bitte warten sollen wir die von oben killen jo machen wir ja alter schwede nächstes level nice ok der war down wow wie viel meine muni ist aber auch schon bald leer ich baller halt sehr viel drauf weil ist das auch schnell leer soll man machen kumera als bei hammer alter ja der hat halt auch overpowered genau overpowered Fähigkeiten sag ich mal mit seiner geilen shotgun und so wow 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 damit hab ich nicht gerechnet er ballert ja erstmal alles nein nicht in die ecke drängen scheiße egal du kriegst blei von mir in die fresse so ok noch elf schuss verdammt ich brauche munition 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 so hier ist jede menge munition dankeschön dankeschön die brauche ich unbedingt weil ich habe ich brauche eher die shotgun und smg brauche ich auch noch ordentlich weil ich habe nur noch 79 ich habe ein medikit entdeckt ja ich unbedingt so die samen sind da oben guck ey was bringt mir eigentlich diese eine Fähigkeit hier die bei der 1 die wo wir haben gumera was denn das können wir da machen das ist ja das geschützt das ist ja das ich habe da kein geschützt das ist was anderes bei mir ja drück mal ganz lang drück mal F durchgedrückt und renn da mal genau das hier genau das hier dann kannst du dich gegner weg äh vorbei rennen ah ganz praktisch ja boah die gehen ab die sehen dich ja nicht die gehen ab wie ein schnitzel das ist halt auch scheiße dass ich keine munition mehr habe langsam dies und ich wiederbelebt dich ja ich kann nur sprayen weißt du fuck ich bin tot gleich ok down hilf mir jemand alter alter sind die stark hilf mir jemand sind richtig stark ok leben 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 help me please oh 1226 dollar die Musik war auch geil dabei ne das ist ja immerhin etwas die Musik ist arsch egal oh ihr sind kristalle oder sowas ja cool weil leider kann man die nicht mitnehmen ja auch auf meinen Grafikeinstellungen allemal ja oh da kommen sie boah weißt du ich kann halt nicht mehr als reinballern das ist echt nicht normal so stark aber ich lebe noch ich lebe noch oh keine munition komm ok halt da und euch tuber wer ihr